Oh, yeah! Alex Nowak hat gerade kleinere Probleme in seiner Beziehung. Es passiert ja jetzt nicht jeden Tag, dass man sich beim Geschlechtsverkehr die Rippe untersteißen einbringt. Er sagt mir einfach, wer es war, okay? Sag mal, Alex, spiel nirgst du mir nach. Was ist denn der blaue Dildo? Verbiss dich, du Pfeife. Versteh doch. Er hat dich betrogen und verarmt. Bitte mach mich zum Papa-Steer, okay, bitte? Bitte? Jetzt! Er hat mir alle Kehl gepackt! Hey, Oma. Doch seine größte Herausforderung... Ihr seid heute hier, weil ihr Muschis seid. Entschuldigen Sie, ich bin keine Muschi. Hallöchen. ...steht ihm noch bevor. Wie? Du gehst jetzt hin und sagst was Nitziges? Warst die Situation nicht spannend? Du schaffst das! Sag mal, hast du gerade meine Freundin angemacht? Mann, ich hab die Schnauze voll! Wirklich! Das hat doch alles nichts mit Mann werden zu tun! Was hat dann mit Mann werden zu tun? Was findest du toll an einem Mann? Dass er Humor hat. Dass er zuhören kann. dem man vertrauen kann und der Verantwortung übernimmt. Alex? Etienne? Was ist denn los mit dir? Du guckst jetzt auch echt gar nichts, oder? Das Allerwichtigste für einen Mann ist, dass er weiß, was er will. Was machst du da? Na ja, feiern und Spaß haben und so. Ich hab doch keine Flugangst! Ich hab doch keine Flugangst! Nie wieder! Nie wieder! Ich hab keine Flugangst! Ich hab keine Flugangst! Ich hab keine Flugangst!